Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Diese kleinen Viecher, die bellen das Haus zusammen, wirklich, die sind richtig aggressiv. Oh, hab ich mich erschrocken. Das war, glaube ich, so ein Minipinscher jetzt. Oh mein Gott. Ich krieg noch mal einen Herzanfall irgendwann. Der wusste auch nicht, in welcher Sprache er sich entschuldigen sollte bei mir. Der guckt mich auf und denkt sich, was spreche ich jetzt mit der? Englisch kann ich nicht. Türkisch war ein Türke. Türkisch kann die nicht. Also was sage ich denn jetzt bloß? Am besten nix. Genau, so hat er geguckt und hat auch nix gesagt. Ah, Leute. Jetzt müssen wir mal auf die Stirn schreiben. Ihr könnt Türkisch reden, kein Problem. Meine Güte. Oh, ich sag's euch. So. Hey, ist da neu? Ich glaub ja, ne? Dieses Power-Ding. Der war doch da vorher nicht. Das sind ja die Aggregatoren für die Stromversorgung, wenn der Strom ausfällt. Was im Sommer deutlich öfter passiert als im Winter. Jedenfalls so. Nach meiner Erfahrung so. Trotz Gewitter und der ganzen Geschichten, die wir mal hatten. Alhamdulillah, ich hab wirklich kaum Stromausfall gehabt und das Wasser war, glaub ich, auch nur ganz selten, ganz kurz mal abgestellt. Ich hoffe, das bleibt's inshallah. So, jetzt sind wir gleich unten. 20 vor 12. Ich hab noch anderthalb Stunden bis zum Gebet. Und das dürfte ich nach Adam Riese schaffen, wenn ich mich beeile. Inshallah. Weil... Diese Jacke hat sich als Gold wert erwischt, ne? Die ist richtig schön. Ich wünschte, die hätten sie auch noch in anderen Farben gehabt. Aber schwarz ist eh... Hauptsache schwarz, ne? Das andere ist nicht so wichtig. Obwohl das im Sommer natürlich zu warm wird, die Farbe. Ich geh jetzt mal... Hier war, glaub ich, auch irgendwo Telekom-Laden, ne? In dieser Straße, den ich mal ausprobieren wollte. Na ja. Kann ich ja mal versuchen. Ich geh mal den anderen Telekom-Laden ab. Kann man ja auch mal fragen. Der müsste da hinten irgendwo sein. Problem ist nur, wenn der andere hier irgendwo war, auf der Höhe. Ich weiß nicht mehr genau, auf welcher Höhe der war. Da muss ich wieder zurücklaufen, ne? Meine Kekse sind fast alle. Ich hab noch einen Keks. Naja, ich geh dann mal weiter und dann gucken wir nachher weiter. Werd euch dann nochmal zeigen, wenn ich den Telekom-Laden befinden hab. So, mein Lieben. Also, dann kann ich ja nur mal eine Warnung aussprechen. Ich hab jetzt hier 266 Telle bezahlt, ne? Und als ich vor 19 Monaten in meinem Schuba, also in meiner Hauptzentrale in Alanya war, und mein Telekom mal gefragt hab, wieso ich so unterschiedliche Preise immer in den verschiedenen Büros habe, da haben die nämlich gesagt, ja, die Büros können unterschiedliche Preise machen. So, deswegen kommen sie immer hierher, haben sie gesagt, hier kriegen sie immer den günstigsten Preis. Jedenfalls, ich hab jetzt hier 266 Telle bezahlt für den gleichen Kram, den ich auch sonst immer kaufe. Also, 3 Gigabyte mit 1000 Minuten und so und so viel SMS. Bei dem anderen Laden, hier an der Barbaros, wo ich manchmal kaufe, hab ich 300 Telle bezahlt, letztes Mal. Was natürlich mehr ist, ja? 45 oder 46 Telle mehr. Und das ist natürlich doof, ne? Insofern, also müsst ihr euch mal, hier oben müsst ihr auch fragen, wo es am günstigsten ist. Das ist ja auch ein Telekom-Laden, also so ein Ableger sozusagen, jemand, der mit Telekom wahrscheinlich zusammenarbeitet, ne? Ich weiß nicht, steht Typ Telekom dran. Also, die Preise sind durchaus unterschiedlich in den verschiedenen Büros. Also, guck mal. Barbados war teuer, der Laden, den ich da hatte. Der war aber mal günstiger als der Laden, der direkt am Strand war, ne? Wo ich sonst als allererstes den Vertrag auch, oder beziehungsweise meine Karte auch gekauft hatte. Am Anfang musst du mal eine Karte kaufen, die ist dann noch teurer, ne? Als wenn du dann immer wieder auflädst, logisch. Das kostet dann extra Gebühren. Ja, so war das. 266 Telle. Und der ist ja auch hier gleich neben dem Baumarkt, ne? Also, wegen dieser von dem Baumarkt, den ich euch immer zeige, von unserem Bekannten. Der war auch sehr nett. Ich habe mich beraten lassen. Also, das günstigste, das mit einem Gigabyte war, ne, mit MB. Das hatte ich auch im Internet gekostet. Bei ihm hat er mir auch alles gezeigt. In der Liste hat er den Computer rumgedreht. Sind dann 245 Telle. Das ist das günstigste. Im Internet kriegst du es noch ein bisschen günstiger. 245 haben wir geguckt, ne? Im Internet kann man das auch machen. Deswegen, also, das günstigste ist im Internet. Habe ich mich dann nicht getraut, weil ich muss auf Saturnal klicken. Also, kaufst du dann? Und was dann passiert, da hatte ich so ein bisschen Schiss, wenn ich da draufklicke. Das habe ich dann nicht gemacht. Aber wenn du auf Kaufen mich klickst, dann kannst du das auch im Internet machen. Ich habe da, wie gesagt, nicht den Mut zu gehabt, weil ich nicht wusste, hä? Ich kaufe das jetzt. Aber wie soll denn das mit dem Geld funktionieren? Also, muss ich dann im Anschluss meine Bankverbindung angeben oder wie? Und das mache ich auch nicht so gerne, ne? Naja, jedenfalls habe ich mich nicht getraut. Ja, und 266 ist okay. Das sind noch 20 Telle mehr, als ich es im Internet hatte. Oder 26 oder 24, ich weiß nicht. Und, ähm, genau. Neut, 300 Telle, das fand ich letztes Mal schon richtig teuer, ne? Und, ähm, da habe ich mir schon gedacht, hm, das ist aber eigenartig. Weil, das war ja vorher auch, vorher war es, ähm, wie viel hatte ich da vorher gesagt, was vorher? Ich glaube, es war knapp 200, ne? Irgendwie so. Aber es ist ja auch alles teurer geworden, das weiß ich schon. Aber, ähm, ja. Also, die verschiedenen Büros machen ihre unterschiedlichen Preise. Und da müssen wir mal gucken. Verlasst euch auch nicht drauf, was die dann da euch am Bildschirm zeigen. Weil die haben natürlich ihre Preise auch alle am Bildschirm dann. Jedenfalls, ähm, so war das. Und, äh, jetzt habe ich meine Karte wieder aufgeladen. Innerhalb von 10 Minuten sollte die voll sein, sagt der Inschallah. Und dann kann ich wieder telefonieren. Es gibt nichts günstigeres. Außer eben, wie gesagt, das mit MB, 500 MB. Und, äh, dann hast du aber Telefonie und so. Auch nicht so viel. Auch begrenzt natürlich. Das kostet aber nur, weiß ich nicht, 20 Telle weniger. Und da, das ist ja auch Quatsch, ne? Ich habe gesagt, ich nehme das, was ich immer habe. Und, ähm, wenn ich einen Vertrag mache, ich habe gesagt, ich möchte dann einen Vertrag machen. Also, hat er gesagt, das ist dann sogar noch ein bisschen teurer. Aber, wie gesagt, da lasse ich mich dann mal viel von meinen Verwandten beraten. Als von ihm, äh, was die so machen mit Vertrag und eh. Aber ich, ja, die Türken bezahlen den gleichen Preis. Hat er gesagt, das ist extra für uns Ausländer oder nein. Sagt halt auch, jeder muss das. Nein, egal. Versuche ich mal, euch eine neutralere Meinung von meinen Verwandten zu geben. Wenn ich die mal wieder am Bildschirm habe, die hier leben. Gut, mein Lieben, jetzt jedenfalls gehe ich zum, eigentlich muss ich nicht zum Salepassar. Ich muss zum Karnevalsshop. Muss ich mal kurz überlegen. Ne, Salepassar muss ich nicht zum Karneval. Und dann wäre ich eigentlich durch. Wenn ich die Teppiche dann über eine Hand habe, können wir auch nicht mit zum Strand. Was ich eigentlich auch nicht will. Aber ich kann euch ja noch mal kurz zum Strand mitnehmen, würde ich mal sagen. Ja, ich habe mich hier hingesetzt und habe mal wieder den Strand aufgenommen, das Meer aufgenommen. Aber es ist so ein bisschen nass hier. Ich hoffe, mein Poko ist gleich nicht nass, wenn ich aufstehe. Ich bin gar nicht so nah am Meer, aber weiter wegsetzen wollte ich mich jetzt auch nicht. Ich habe mir überlegt, Leute, man muss Strümpfe ja nicht wegschmeißen, wenn sie Löcher haben. Die können wir ja auch stopfen, ne, ich Idiot. Ich werde die stopfen nachher, weil die gefallen mir eigentlich richtig gut. Die sind nicht so, die sind nicht so im Bund, am Bund sind die nicht so eng. Und ich hasse diese türkischen Kniestrümpfe, die für Damen sind im Regelfall. Die schnüren nämlich richtig die Waden ein. Ich habe ja leider sehr fette Waden. Und die Türkinnen haben ja auch oft dünne Beine. Also ich weiß ja nicht, jedenfalls so. Ob es daran liegt, keine Ahnung. Jedenfalls sind die Kniestrümpfe immer richtig eng oben. Oder es liegt daran, dass sie halt nicht rutschen sollen. Das kann auch sein. Aber jedenfalls, ich gehe jetzt zur Stadt wieder runter. Jetzt muss ich nur noch mal überlegen, wie ich da rüberkomme. Ich glaube, da könnte irgendwo der Übergang sein. Da gehe ich mal hin, sonst muss ich wieder zurück. Und von zurück wieder dahin. Irgendwo werde ich ja wohl einen Übergang finden. Ich vergesse das immer, ne, wo man rüberkommt. Und dann gehe ich hoch. Das müsste inzwischen schon eins oder so sein. Das glaube ich schon. Ich sitze hier schon eine ganze Weile. Es ist wirklich sehr warm. Das kann man nicht anders sagen. Und man kann, würde ich auch durchaus so mal prognostizieren, mit normalen Badeklamotten hier sitzen. Also es ist wirklich schön. Wasser ist aber relativ kühl und offener. Also das glaube ich schon. Da ist auch keiner im Meer. Da ist auch keiner im Bikini oder so. Sitzen alle hier in normalen Klamotten. Ist aber ja auch noch nicht so spät. Vielleicht am Nachmittag. Jetzt gehen wir mal weiter. 12.12 Uhr ist es tatsächlich. Noch gar nicht mal so spät, wie ich dachte. Ich mache mir schon echt meine Gelenke hier hinten weh, ne. An der Ferse. Immer wenn ich mich hingesetzt habe. Wenn ich laufe und mich bewege, dann ist es nichts. Aber wenn ich mal länger Ruhe hatte, drehe ich euch mal wieder um. Oder wollt ihr das Meer sehen? Richtig schön heute. Wirklich. Aber noch dreckig, ne. Der Strand. Das muss man leider sagen. Also der Strand ist teilweise echt dreckig. Aber das wird schon alles. Wenn diese Saison wieder beginnt. Alte Oma kommt hier nicht hoch. Oh mein Gott. Aber ich humpel wie so eine Oma, ehrlich. I'm sorry. Ich bin ja auch eine Oma. Soll jetzt nicht. Soll echt nicht. Bitte entschuldigt. Soll nicht. Soll nicht abwertend klingen. Schön. Ja. Schön. Bitte fühlt euch nicht angegriffen, wenn ich sage, wie eine Oma oder Omi. Ich finde das einfach schön. Ja. Ich finde es auch schön, Oma zu sein. Und ich finde das auch nicht schlimm oder abwertend. Aber ich mache mich schon manchmal über mich selbst lustig, wenn ich bemerke, dass das ein oder andere nicht mehr so gut funktioniert wie früher. Das tut mir echt leid, wenn sich da jemand angegriffen fühlt. Was ja sein kann, ne. I'm sorry. Die hat noch nicht auf hier oder war das, ist das keine Strandbar? Ich glaube schon, dass das eine ist. Vielleicht haben auch viele gar nicht den Mut, wieder eine Strandbar hier zu öffnen. Das kann auch sein, ne. Weil ja ganz viele Russen weggegangen sind. Sehr viele. Es wird immer nicht so dargestellt, aber es sind wirklich viele weggegangen. Und das ist nun mal so, ne. Für die ist es auch zu teuer hier. Und für die ist es auch nicht mehr so attraktiv wie noch zu Beginn der ganzen Misere. Inzwischen sagen sich auch viele, nö, wir bleiben dann zu Hause, ne. Man gewöhnt sich ja auch an alles irgendwie dann. Muss man ja auch. Und hier ist halt alles nicht mehr so rosig wie es mal war. Mit der Umgehungsstraße habe ich gehört, bei uns da soll es wohl noch dauern. Das ist wohl alles im Moment auf Stillstand. Ja, mir soll es recht sein. Weil mit der Tierhaltung und so ist es natürlich besser, wenn wir da nicht so viel Lärm haben. Und schon machen. Und noch diese Nürze. Hier ist echt richtig warm jetzt gerade, ne. Aber so richtig. Ich fange an zu schwitzen. Die Jacke ist auf jeden Fall viel zu warm jetzt. Ist ja die Mittagshitze, die jetzt beginnt. Und am Strand sowieso immer nochmal wärmer als überall anders. Ich bin gespannt, wann die Hotels wieder aufmachen. Weil eigentlich müsste man ja die Saison langsam eindeuten oder nicht. Ich meine, wir haben fast März. Ich glaube, wir haben den 28. heute. Dieses Jahr gibt es ja 29 Tage im Februar. Hier wird auch schon irgendwie irgendwas begonnen. Keine Ahnung. Der Müll ist weg, ne. Oder irre ich mich. Die haben den Müll weggemacht. Hier war doch alles noch richtig vermüllt letztes Mal. Da hatte ich ja noch gesagt, hier haben sie nichts gemacht. Tja, geht auch los. Jetzt gehe ich wieder hier rein und dann müsste ich direkt an meinen ganzen Läden vorbei kommen. Ja, übrigens mit dem Kopftuch und so habe ich mich dran gewöhnt. Also es ist jetzt, das war ja klar. Der Mensch gewöhnt sich ja an alles. Es ist natürlich warm am Kopf und man hat das Gefühl, dass das da alles so eingepackt ist. So ein eingepackter Kopf. Genau, so fühlt sich das noch an, aber ich kann spoilern. Auch das wird sich ändern irgendwann. Du wirst das auch irgendwann nicht mehr so empfinden. Irgendwann wird auch das ganz normal. Wie du halt dich auch fühlst, wenn dir warm ist. Ob du nun am Kopf noch warm bist oder unten warm. Man schwitzt hier. Egal wie man sich anzieht, glaube ich. Und im Gegenteil, die Tücher schützen natürlich vor der Sonne, vor Schäden, vor Hautschäden und allem. Kann also nur positiv sein. Deswegen. Ja. So. Und schon noch mal. Ich habe mir gehofft, dass wir vor den Schäden beschützt werden. Ja. Hier wird das Hallon am Strand. Ja. Läden haben hier zu kämpfen, muss man sagen. Wir wollen ja auch eröffnen irgendwie irgendwas, aber sind auch skeptisch. Kann man auch mal so sagen. Weil es ist nicht mehr so, wie es mal war hier. Leider. Naja. Mal gucken. Ich weiß immer noch nicht genau, wie ich hier jetzt rauskomme. Kann mir das einfach immer nicht mehr. Und der Mikros? Nein. An der Wechselstube. Bei Papagei. Wechseln muss ich doch auch noch, ne? Ich muss das Geld wechseln. Eigentlich. Ich guck mal, wie viel ich noch hab. Moment. Ich geh nochmal wechseln. 50 Euro. Je weniger du hast, desto weniger gibst du aus. Ist immer so mein Motto. Mal gucken, was der Kurs sagt. 33,5. Achso. 50 Euro hab ich gewechselt. Bekommen 1675 Telle. Mein Kurs ist dann bei 33,5. Ja. So ist das. Leute. Über 33,5. Über 33,5. Da haben die doch recht. Die sagen, dass es noch über 40 wird. Oh, meinst du mischs. Wahnsinn. Der ist auch ordentlich wieder am Krähen hier oder am Quaken. Das war das günstige, was ich da eben gesehen hab. Das günstigste. So. Die liegen. 1000. Also 995. Ui. Was haben die denn hier im Angebot? Das ist ja genau für mich. Hm. Guck mal. Zehntelle, die kleinen. Die anderen 30 und 50 die großen. Da müsste ich jetzt mal gucken. Die haben nichts in meinem Rot, glaub ich. Nur einmal in Rot. Die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Einmal. Schon echt günstig. So, ich überlieb jetzt diese hier zu nehmen. Ähm. Mal gucken. So, liebe Leute. Das war jetzt echt günstig. 50 TL pro Stück für den großen. Und die kleinen jeweils einer 10 und die anderen 20. Also das war auch echt richtig günstig. Mehr kann ich aber leider nicht hochschleppen. Jetzt bin ich noch am überlegen, ob ich jetzt genug habe. Ich glaube schon. Na gut, den geh ich mir auch nach oben. Also von den einfarbigen Händen, die haben wir noch nicht. Haben sie auch keine mehr leider. Von den rosafarben leider auch nicht. Aber ich glaube ich bin, also der eine, den mache ich in den Flur. Ähm. Den anderen so quer. Den vors Bett wahrscheinlich. Ich denke, das reicht auf jeden Fall. Ich überlege noch, ob ich noch schon dem anderen einen mitnehmen soll. Von den ähm anderen rosafarbenen. Aber ich glaube, ich habe jetzt genug. Genau. Und dann würde ich wieder nach oben gehen. So, ich bin inzwischen zu Hause angelangt. Die Teppich habe ich da rein gemacht. Jetzt gehe ich noch mal kurz einkaufen. Oh Leute. Die Teppiche waren schwerer und anstrengender zu tragen als die anderen. Weil die sind schwerer. Die sind von der Qualität, von der Qualität sehr viel besser und dicker. Und daher dementsprechend auch genauso schwer wie der andere. Und unhandlicher, weil man die nicht so gut zusammenrollen kann. Na jetzt gehe ich mit dem Wagen erstmal einkaufen. So. Oh mein Gott. Ich bin kaputt. Das war anstrengend. Viel anstrengender als die anderen Teppichen. Leicht. Oh mein Gott. So. Ich lasse das mal auf. Oh mein Mann. Boah. Das ist echt anstrengend. Das ist echt anstrengend gewesen. Jetzt gehe ich noch mal einkaufen schnell. Dann ist es gut. Der hat ein Porsche macht halt solche Geräusche. Ich überlege, ob ich nochmal einmal ein Wasser mitnehme. Aber ich habe eigentlich noch. Das reicht. Ich hatte den ja. Das reicht. Machen wir mit dem Auto. Inschallah. Oh. Das heißt. Hat eben zum Gebet gerufen. Aber ich gehe nochmal schnell einkaufen. Weil ich bin total durchgeschwitzt. Sonst muss ich mich wieder neu anziehen. Ich habe mir gedacht, ich gehe nochmal schnell zu Beamen. Hol die Sachen. Dann muss ich nicht mehr runter. Aber die Teppiche waren echt günstig. 50 TL für diesen großen. Und die kleineren habt ihr ja gesehen. Aber ich konnte unmöglich mehr tragen. Ich habe hier noch zwei im Visier. Die so ein bisschen creme grau waren. Aber wie soll ich das alles tragen? Völlig unmöglich. Und ich glaube nicht, dass die lange da liegen werden. Die sind mit Sicherheit sehr schnell weg. Na ja. Schauen wir mal. Ich gehe sehen. Das ist nicht mehr runter. Heute reicht es. Die Luft. Der Wind. Herrlich. Jetzt ist endlich wieder Wind. Wenn der in den Schweiß rein weht, dann ist der nicht mehr kalt. Weil es schon so warm ist. Schon wieder Bananenabtransport. Und da hinten ist Feuer am Start. Ich denke, die brennen da mal wieder irgendwas ab. Ich bin halt eben wieder angekommen. Die Sachen, die neu reinkommen. Die ganzen Sachen für den Ramadan schon. Wie viel kostet denn die? Wann steht gar kein Preis? Und wo sie machen? Ich mache einen mit. Ja, ja. Ich mache eine ... Wann steht? Kann ich noch? Ja, ja. Ich nehme an. Wann steht? Ich mache dich. Wie lange, es darf nicht mehr? Ich brauche dich. Es ist hier. Ich nehme an. Wir gehen hier. Ich nehme an. Und hier. Ich nehme an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das nehmen wir hier fürs Frühstück. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Okay. 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 Joghurt hab ich eigentlich noch, ich hab noch Joghurt, das reicht erstmal, gucken ob hier irgendwas, der ist eigentlich im Angebot, welchen hab ich genommen den hier, der ist auch echt groß, ne, das krieg ich eigentlich gar nicht, boah, nö, den nehm ich nicht, der ist mir zu viel und ich weiß auch nicht, ob der überhaupt gut ist, ne, der kostet 159, 600 Gramm, wie viel ist da drin, ein Kilo, boah, das ist natürlich eigentlich richtig günstig, was mein, soll ich den nehm oder den? Das weiß ich jetzt auch nicht Ich will nicht so viel kaufen, weil wir wahrscheinlich auch essen gehen werden, die meiste Zeit, denke ich mal Terea Da haben sie sich noch eine große Nummer, ist eine kleine, 7, 14, fix da drin Oh, boah, ich weiß auch nicht, ne, ich nehm erstmal nur die Hm, was mach ich denn nun, ich weiß nicht welchen Terea was ich nehmen soll Ich den nehm hier Toastpenish Ich hab ja auch noch den anderen Käse gekauft, den, ähm, ne, zum so, diese andere, ich nehm den mal erstmal mit Ich brauch hier noch irgendwas Ich hab ja diesen hier noch, den So, okay Okay, so Okay, so Okay, so Und Und Dann Was mach ich noch? Hm, Coca-Cola hab ich noch zuhause, das rät auch erstmal noch Ähm, ich nehm nochmal einen mit, ich hab ja den Wagen, nehm ich den mit So Hab ich noch Reis, oh Leute, ich muss gucken, hab ich noch Reis, aber was Leute, ich Kartoffeln, ich mach Kartoffeln heute, egal, Reis Zwiebeln, Kartoffeln Gurken Tags Tagalieren 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 Man Tagalieren das Wein mit und 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 Tomaten und Kartoffel Wir werden dann was sind das für für Puppen Schnellt er nicht und Kartoffeln Die fangen schon an zu bummeln die sind nicht mehr die frischesten alle schon alle nicht mehr gut die oberen die haben alle schon ausgeschlagen ich mach lieber Reis das ist sicher wahr die gefallen mir nicht ich hol mal eben Reis das da das das ist das 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 Die Dachka Hagebutten haben die gar nicht mehr leider. Nur noch grünen Tee. Tja, die haben gar keinen Hagebutten Tee. Scheide eigentlich. Na gut. Losentee habe ich glaube ich noch. Okay. Die Dachka Die Dachka Die Dachka Die Dachka Die Dachka Die Dachka Dachka Die Dachka Daier So, fertig, so sieht mein Einkaufsgrupp aus. Ich habe 923, 925, also ungefähr 1000 Telle ausgegeben. Das sind ungefähr 30 Euro. Ja, so ist das, ne? Milchprodukte sind teuer hier. Das ist einfach so. Und Butter, die explodieren ja die Preise gerade. Aber wenn wir Schafe haben, die wir melden könnten, dann kann ich die Butter selber machen. Inschallah. So, jetzt jedenfalls gehe ich erst mal wieder nach oben. Die Frau hat auch gesagt, so viel haben sie jetzt ausgegeben, sie haben ja gar nichts gekauft, hat die Verkäuferin gesagt. Ja, sag ich. Finde ich auch. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich werde als allererstes beten und dann euch zeigen, was ich gekauft habe und mich dann ausruhen. Oh, ich bin kaputt. Oh nein, oh Baby. Oh, du armer Hund. Oh nein, du bist doch so ein hübscher Hund eigentlich, ne? Ach, bist du schon ein hübscher Hund, ne? Ja, wenn du meinen nicht zu nahe kommst, dann bist du echt süß. Das ist wirklich ein schönes Tier, ne? Der hat gar Bock. Unseren Hunden ist auch richtig warm. Die lächeln auch da. Na ja, ich gehe mal weiter. Oh ja. Oh, ist das heiß? Oh nein, bitte. Oh nein, bitte. Hallo. Ich bin kaputt. Oh, mir tun die Fußgelenke weh. Hier, da, da. Diese Fußgelenke tun weh. Oh, das ist richtig eklig. Aua. Ja, egal. Also, jetzt werde ich euch einmal zeigen, was ich gekauft habe. Wo stehe ich euch dann immer hin? Zum Müll muss ich auch noch unbedingt, ne? Aber ich muss mich jetzt unbedingt erstmal aussuchen. Ich muss auch was essen. Ich mache mir jetzt einen schönen Tee. Und inzwischen ist es vier? Nein, kann nicht sein. Drei Uhr. Ich habe mein Gebet auch vollrichtet. Also, ich bin eigentlich gut in der Zeit. So. Einmal Brot habe ich gekauft. Es ist richtig so dunkel. Einmal ein Brot. Das füge ich mal gleich hin. Ich packe das mal gleich weg. Ich wüsste ihr Bescheid. Einmal solche Kekse zum Snacken. Zweimal mein Burgerbrot. Oh, was ist denn da? Ja, ich habe immer noch das Fladenbrot. Ne, das habe ich noch nicht gegessen. Ah ja, nochmal. Tomaten, drei Stück. Zwiebeln, drei Stück. Und Reimac habe ich wieder gekauft. Den wir, mein Mann und ich mochten den ja so gerne. Ne, diesen Sys-Mack-Penish. Ich buche echt Hunger, ne? Champignons. Tee in der Tüte, im Beutel. Normales Toastbrot. Diesmal diese Kekse. Die hatte ich ja schon mal gekauft. Die hätten auch ganz gut geschmeckt. Ein Paket teure Butter. Ein Paket Reis. Ein Paket von diesem Fadenkäse. Ein Paket Helver. Das ist der Kakao Helver. Diesmal. Ich hatte keinen Hunger auf Fistuch oder so. Also auch genüßte. Dann hatte ich ja diesen Tamiale Toastkäse gekauft. Noch mal diese Hütlichkeiten. Diese Schokolade. Sucuk. Und ein großes Wasser. Ich sehe gerade, dass ich so viel Wasser gar nicht mehr habe da. Also es ist ganz gut, dass ich gekauft habe. Und zwei Gurken. Und jetzt kriegen erstmal die Hunde ein bisschen Brot. Und mein Hü. Oder meine Hü. Der kriegt auch ein bisschen. Der isst richtig viel Brot, ne? Also das macht er dir in einer halben Stunde. Dann ist das weg. Echt. So. Ja. Das machen wir dann mal. Und bezahlt habe ich hierfür eben ungefähr 30 Euro. Um die 1000 Telle. Ich bin mir dabei, jetzt ein bisschen was Frühstücksmäßiges zu machen, wo ich ja eigentlich noch Essen habe. Aber ich habe keinen Bock auf Essen. Also ich werde jetzt mir hier erstmal einen Tee kreuen. Ich weiß nicht, warum ich... Hä? Warum trinke ich jetzt Tee? Ich habe keine Ahnung. Wollte ich ja sonst frei... Huch, was ist das denn hier? Das sind so Pads. Die habe ich jetzt geholt. Und das habe ich jetzt hier geholt, weil das im Angebot war, ne? Das sind wahrscheinlich die Pads für die Demlik. Ha. Süsempo, schätz, ja, chai. Naja, aber die kann man ja hier auch reinmachen. Das sind halt für die türkischen Tee-Dinger. Da habe ich nicht drauf geachtet, aber ist egal. Die tut man quasi in dieses obere Fach rein, ne? Und macht sich dann diese doppelten Tee kreuen. Aber das kann man auch hier reinmachen. No problem. Alles gut. Das werde ich mir jetzt hier einmal machen. Ich hatte auch vor, Miki jetzt so eine Teebox einzurichten. Und die eventuell, wenn ich das finde, ne? Das gibt es ja in Deutschland immer, dass ich mir die Teebox hier hinhänge. Habe ich mir überlegt. Aber da bin ich noch nicht fündig geworden. Da muss ich nochmal nach suchen, weil das fände ich praktischer, als wenn ich immer da hin renne. Das seht ihr, das ist jetzt doof, weil da nicht so ein Bummelding dran ist. Aber alles gut. Den Zitronenblatt habe ich auch nicht getrunken, ne? Den ich mir da ausgequetscht habe. Habe ich aber jetzt auch keinen Durst drauf. Ich möchte einfach nur Tee mit Honig. Und dann mache ich mir ein bisschen von dem Käse hier rein auf ein Stück Brot. Und ich habe eben mit der Familie telefoniert. Ich hoffe, ihr seid nicht wieder verschwommen da. Ein bisschen Frischkäse hatte ich noch. Und ich hatte gerade ein Problem, ein Riesenproblem, aber ich habe es gelöst. Da müsst ihr ja nicht alles wissen, aber oh mein Gott, da war ich kurz richtig in Panik. Aber ich habe es, glaube ich, geschafft, es zu lösen. In Chalas wird sich morgen herausstellen. So, die haben heute nicht auf und machen morgen auf. Bis mittler. Ja, der ist ganz schön warm geworden, ne? Weil ich war die ganze Zeit in meiner Tasche, weil ich habe gebetet und bis ich dann soweit war. So, ein bisschen Brot habe ich Bonju gegeben, weil ich hatte nicht mehr so viel. Ich habe extra das Weiche genommen, aber dass die jetzt ein Stück größer geworden sind, das soll ja statt 210, 220 sein. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen, dann wird es schon richtig sein. Genau, und dann würde ich sagen, wir holen uns mal hier jetzt irgendwie so einen Teller und dann setze ich mich vor den Fernseher und werde einfach Fernsehen gucken, weil ich habe Hunger. So, und ich bin kaputt und ich habe keinen Bock mehr auf gar nichts. Deswegen einfach nur hinsetzen und alle sieben gerade sein, nein, alle neun gerade sein. Ein bisschen Keimark mache ich mir Outlook, dann reicht das Brot so nicht, ne? Dann ist nur noch ein Schmerz. Muss ich den Hunden hier Brot wegessen, sag mal. Mut hat auch was gekriegt natürlich, oh, der hat sich auch richtig gefreut. So, der Keimark ist ja so butterähnlich, ne? Das ist halt die oberste Schicht von der Milch. Wenn ich ein Schaf habe, was Milch gibt, oh, Schafsmilch schmeckt auch lecker, ne? Aber man muss immer aufpassen, die müssen, die dürfen nicht reinpipi machen, ne? Weil das liegt ganz nah ineinander. So, und? Was würde ich mit Honig essen? Und nun, guten Appetit. So, ich habe es mit Honig. Das war's.